Irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Leila! Leila! Gehen Sie, sonst gibt es noch einen Toten! Was ist passiert? Es gibt Ärger, Kumpel! Komm, Kumpel! Komm schon! Ja! Komm, Kumpel! Leila, steig ein! Mein Radio! Oh, Diabon! Er darf uns sicher wischen! Alle, alle, alle! Leila, wer waren diese Männer? Die Wilderer, die Le Croix, die besten Jäger im Bayou. Die finden uns ganz sicher. Haben Sie eine Ahnung, wo wir sind? Das ist Le Croix-Land. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Kit, gib mir eine Übersicht von der Gegend hier. Ich werde es versuchen. Mein Dieu! Alles okay. Das ist ein Computer. Sehr kompliziert. Ich habe noch nie so ein Auto gesehen. Erklären Sie mir diesen Computer? Ja, nachher. Hast du was? Ich drucke es aus, Michael. Leer. Großartig. Kannst du wenigstens sagen, wohin wir fahren? Also war der Zettel, den Sie haben, unbrauchbar. Tut mir leid, Kumpel. Michael, wir fahren nach Nordosten. Ganz sicher? Unter anderen Umständen wäre diese Frage eine Beleidigung gewesen, Michael. Aber durch die Verschmutzung meines integrierten magnetischen Navigators ist diese Frage entschuldbar. Du bist also nicht sicher? Um ehrlich zu sein? Nein. Na gut, Kumpel. Wir müssen es eben so schaffen. Leila, was ist am nordöstlichen Ende des Bayou? Das ist Cajun Gebiet. Der Nordwesten gehört den Le Croix. Der Nordwesten gehört den Leipzig. Was ist das? Eine Tierfalle. Doch, das noch. Das ist ein Niedriger. Mach dir mal keine Sorgen, ich befreie dich. Ich habe das Gefühl, das wird nicht die einzige Falle sein, die uns hier draußen erwartet. Es gibt ja auch Treibsand, andere Fallen, viele Gefahren. Rückwärtsgang einlegen, Kitt. Ich habe wieder versagt, Michael. Ich hätte dieses widerliche Gerät orten müssen. Irren ist doch menschlich, Kumpel. Mach dir nichts draus. Wir schaffen es schon. Wo ist Leila? Mein Bruder ist in Charons Falle gefangen worden. Jetzt übernehmen wir die Sache, Kellan. Meine Frau, wo ist sie? Der Fremde mit dem schwarzen Auto hat sie. Komm, wir verfolgen sie. Worauf du dich verlassen kannst. Hier kommt. Knight Rider. Ein Auto.